Ich mache es noch eins konkreter. Ich habe hier auf dem Parteitag, da werden am Saaleingang kostenlose Magazine zum Mitnehmen verteilt. Da kann man sich Kalender bestellen. Männer der Waffen-SS unter Hervorhebung ihrer Waffentaten. Das kann ich mir gar nicht. Ja, genau. Wie kann so etwas bei der AfD völlig normal sein, dass so etwas hier kostenlos direkt am Saaleingang verteilt wird? Aber was haben wir mit dieser Zeitung zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht. Die haben Sie offensichtlich hier eingeladen. Die Leute nehmen sich das hier mit am Stand. Nee, keine Ahnung. Haben wir, glaube ich, nicht eingeladen. Da gibt es auch sogar Bilder, Kalender zu bestellen mit den schönsten Aktfotos von 1920 bis 1945. Echt? Aktfotos? Ist das für die AfD völlig normal, dass man so etwas hier auf dem Parteitag verteilen kann? Nein, das ist überhaupt nicht normal. Also ich wundere mich gerade. Das liegt schon seit drei Tagen aus hier am Ende. Ja, ich bin da hinten am Arbeiten. Ich sehe das da vorne nicht. Das muss ich mir angucken. Komisch, Sie als Chefin haben da keinen Einfluss drauf gehabt vorher. Passiert. Ja, wieso? Die Chefin sitzt da vorne. Nein, also Sie konfrontieren mich hier mit Dingen, die ja vielleicht irgendjemand austeilt. Das ist ein ganzer Stand von diesem Verlag. Ach ja, tatsächlich. Ja. Das ist natürlich... Ach so. Ja, was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich gar nichts mehr sagen. Ja.